Ich meine, wie soll das klappen? Also wie trete ich jetzt mit Leuten in Kontakt, die am anderen Ende der Welt sind und in einer Bewegung stecken, von der ich nichts weiß? Wo soll man da anfangen? Und wie hole ich das alles jetzt hier rein? Hi! Hi! Kellon, Jane, hier fehlt noch ein Punkt. Kellon, alle müssen gehen. Oh, this is the major problem in my country, the history. Die Mehrheit der HongkongerInnen ist allerdings der Meinung, dass die Pekinger Regierung zusammen mit der Hongkonger Regierung ohnehin bereits begonnen hat, demokratische Sonderrechte Hongkongs zu untergraben. Two days before the protest erupted, I was having a drink with a friend at the bar and we were both discussing the hopeless political situation in Lebanon. Pardon me, I am an actor, I am an actor political actor. Woher kommt das Bedürfnis zu protestieren? Es war ein erstes Zeichen für die junge Generation der Hoffnung, denn es war das erste Mal, dass eine neutrale Stimme gehört wurde, die nicht Teil der traditionellen politischen Partei ist. Du glaubst doch nicht wirklich, dass die 20 Leute das jetzt jucken, wenn du dich hier hinstellst und protestierst. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass wir etwas gemeinsam hatten, dass wir die Angst überwunden hatten. Wer in einer Masse, die vorwärts springt, stehen bleibt, leistet so gut Widerstand, als dreht er ihr entgegen. Er wird zertreten. Wir werden das Schöpf der Revolution nicht auf den Zeichen für Rechnungen und den Schlangbänken dieser Leute stranden lassen. Wir müssen die Hand abhauen!